Die Firma Comet hat seit 2002 den Hauptsitz in Flammat und ist weltweit mit 14 Standorten vertreten. In Flammat entwickelt und produziert Comet mit mehr als 500 Mitarbeitenden innovative Produkte, unter anderem für die Halbleiterherstellung und die Röntgenprüfung von elektronischen Bauteilen. Die Elektromobilität wird enorm wachsen über die nächsten Jahre und damit natürlich auch der Bedarf von Batterien. Und Batterien sind kritisch, das heisst, wenn die Fehler drin haben und sogar anfangen zu brennen im Betrieb, dann wird es gefährlich. Und aus diesem Grund hat Comet eine neue Technologie entwickelt, was die Batterieprüfung und schlussendlich den Betrieb von Batterien sicher macht. Die aktuell verfügbaren Röntgenröhren sind nicht in der Lage, die feinen Strukturen innerhalb der Batteriezelle darzustellen. Das war für uns die Motivation, die Mesofocus-Technologie zu entwickeln. Die Batteriezelle mit der Mesofocus-Röhre abgebildet sieht so aus, man sieht die innenliegenden Strukturen klar, welche in Echtzeit durch Softwarealgorithmen erkannt werden und die Serienproduktion kann zuverlässig geprüft werden. Wir sind aktuell daran, die Technologie mit den namhaften Batterieherstellern weltweit zu validieren und haben auch bereits erste an Bord. Alleine durch die Batterie ist natürlich das Wachstum schon enorm und darüber hinaus sehen wir auch noch viele Chancen, zum Beispiel in der additiven Fertigung für die Technologie. Das Wachstum schon enorm und darüber hinaus sehen wir auch noch viele Chancen.